Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Itemaufzug baut, der ohne Mod funktioniert und nur mittels eines kleinen Glitches. Es funktioniert wie folgt, ihr geht hierher und wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade Minen wart, dann droppt ihr euer Erminentes, Erfarmtes hierher, die Trichter saugen das ab, ihr könnt gleich mehrere draufhauen oder ihr könnt hier eine Truhe draufbauen und dort dann das Zeug reinlegen, damit ihr dann wieder weiterfarmen könnt. Und dann transportiert es das mithilfe des Droppers, der die Items mittels dieser Schaltung in den Glaswürfel hier rein droppt, transportiert es die Items hier hoch, hier oben werden die durch die Trichter abgesaugt und in die Kiste geführt. Allerdings gibt es manchmal das Problem, dass einige Items nicht ganz hundertprozentig hier durchkommen, deswegen zeige ich euch nachher noch eine kleine Lösung, wie ihr das auch verhindern könnt. Als erstes geht ihr her und baut einen Block hin, dann den Dropper darauf, aufpassen mit dem Gesicht nach oben, dann könnt ihr hier drei Hopper rein zeigen lassen, es gehen auch zwei, aber drei sollte ich jetzt mal verwenden. Dann geht ihr her, könnt ihr unten erstmal eine kleine Plattform mit ihr herbauen, jedenfalls kommt dann hier erstmal ein Glasturm hin, und zwar 3x3, komplett aus Glas, komplett ausgefüllt. Nicht, dass ihr jetzt in der Mitte irgendwas freilasst, sondern der muss komplett mit Glas ausgefüllt sein. Das Ganze baut ihr dann auf die Höhe, wie ihr es braucht, also von unten, von eurem Mininggang, hoch zu eurer Base quasi, oder zum Ausgang vom Minenschacht, da könnt ihr das dann hinbauen, auf die Höhe. Und wenn ihr dann oben seid, dann baut ihr hier nur noch eine Umrandung hin quasi, dann geben wir hier nochmal ein paar Blöcke zur Seite. Machen wir hier oben auch nochmal eine 3x3er Plattform. Dann können wir hier oben die Truhe hinbauen, die dann später alle Items absaugt, den Block können wir wieder entfernen. Und dann bauen wir jetzt hier noch Hopper hin, die die ganzen Items dann absaugen. So, ich habe jetzt vorhin gesagt, dass manchmal Items noch daneben droppen, oder daneben ploppen beim Aufzug hier, das könnt ihr verhindern, indem ihr hier Slabs drauf baut. Das müssen jetzt nicht Cobblestone Slabs sein, das können auch irgendwelche Holz Slabs sein, oder Steinstufen nochmal. Ja, jedenfalls Slabs müssen jetzt drauf gebaut werden nochmal, das verhindert, dass die zu weit nach links oder rechts oder so wegdroppen. Und zum Schluss könnt ihr hier unten auch nochmal eine Kiste draufstellen, damit ihr das entweder rein droppen könnt, oder halt in die Kiste legen könnt, um dann wieder weiterzufahren. Nun bauen wir die Redstone Technik, und da bauen wir jetzt erstmal hier und hier, ich nehme einfach erstmal Wolle, ähm, dann bauen wir hier noch eine 3 lange und 4 breite Plattform her, hier und hier noch einen Wollblock drauf. Und dann kommen jetzt hier einen Repeater, nein, andersrum, hier einen Repeater, hier einen Repeater, hier kommt ein Comparator, wir trüben übrigens auch, ups, und hier einen Repeater, und hier daneben, dazwischen, legt ihr Redstone hin. Und dann müsst ihr natürlich weggehen, nein, das haben wir uns kaputt gemacht. Ihr dürft euch jetzt hier nicht so daneben stellen, weil sonst saugt ihr hier die Items ab. Doch, hier geht's noch. Ähm, jedenfalls hier könnt ihr jetzt eure Items wieder rein droppen, und dann dürft ihr das Ganze auch funktionieren. Wie man sieht, einwandfrei, und oben ploppt auch nichts mehr raus. Ihr könnt dann hier oben rein theoretisch auch schon über die Slabs die Decke drauf machen. Wichtig ist aber, dass darüber noch ein Block frei bleibt. Also die Slabs müssen wirklich als einzigster Block da sein, und darüber könnt ihr dann wieder eine Decke ziehen, oder ihr lasst es frei, geht auch. Ja, und hier oben habt ihr dann halt eure Items wieder, könnt ihr dann da draussen nehmen. Ja, fertig. So Leute, das war's wieder mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, und wenn ihr kein weiteres Tutorial mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Checkt auch unbedingt die Links unten in der Videobeschreibung ab, insbesondere den YouTube Jonas, das ist ein Kumpel von mir. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin Leute, ciao. Bis dahin Leute, ciao.